Es gibt jetzt wieder 119 Corona-Neuinfektionen an nur einem Tag in Österreich. Wir wissen nach diesem Lockdown, natürlich sind auch die Maßnahmen gelockert worden. Jetzt wird aber wieder ein bisschen strenger von der Bundesregierung aus. Aber warum oder was sind Ihre Einschätzungen, dass die Zahl der Infektionen wieder steigt? Ja, die Zahlen, die uns vorliegen, sind ja nicht unbedingt veritabel und können auch nicht verglichen werden mit vorherigen Zahlen oder auch mit anderen Ländern, die wissenschaftliche Aufbereitung ist mehr als mangelhaft. Momentan gehe ich eher davon aus, dass das auch mit speziellen Cluster-Testungen zu tun hat. Und man muss ja wirklich unterscheiden, positiv getestete Menschen, erkrankte Menschen, infizierte Menschen, infektiöse Menschen. Das, Alex, ist bei uns in der Statistik eben nicht drin. Momentan natürlich großer Cluster in St. Wolfgang. Junge Menschen, die mehr oder weniger gar nichts daran erkranken, können natürlich ja auch zu spreadern sein werden. Ob das wirklich so ist oder nicht, das können wir leider Gottes nicht wirklich wissenschaftlich fundiert sagen. Jetzt gibt es natürlich auch wieder viele Menschen, die sich aufrechnen wegen der Massenpflicht, dass man die wieder eingeführt hat. Was sagen Sie dazu als Arzt? Ist es jetzt wirklich oder muss man eine Maske tragen, dass diese Ansteckungsgefahr jetzt nicht zu hoch ist? Oder ist es relativ egal? Weil am Anfang zum Beispiel, wie das Ganze aufgekommen ist, da waren teilweise die Ärzte auch, haben gesagt, naja, wir brauchen keine Maske, das bringt nichts. Und dann plötzlich sagt wieder jeder, ja, die Maske, die muss man aufhaben. Es kommt natürlich davon, welche Maske, wo und wie. Grundsätzlich ist die Maske nicht unbedingt das Allerschlechteste, um sich und andere zu schützen. Die Maskenpflicht im Supermärkten finde ich absolut überzogen. Beziehungsweise würde ich gerne mir vom Gesundheitsminister erklären lassen, warum die Portelle und Laufhäuser in Österreich ganz normal offen sind. wie dort die Sicherheitsmaßnahmen, die natürlich auch ergriffen werden, kontrolliert werden. Und da auch andere Dinge geht, denn in einem einmal dort gab es einen sogenannten Annamarkt, da waren mehrere hundert Menschen auf tiefstem Raum ohne Masken, ohne irgendwas. Das heißt, diese ganzen Maßnahmen rufen natürlich nach dem Begriff der Show, ob das jetzt wirklich fundiert ist oder nicht, ich wage es zu bezweifeln. Was soll man jetzt Ihrer Meinung machen? Also Abstand halten etc. oder Hände desinfizieren? Oder wie soll man das am besten machen? Naja, die üblichen Maßnahmen, die uns immer wieder vorgekaut werden, sind grundsätzlich natürlich nicht sinnlos. Andererseits, sich einmal am Tag die Hände zu waschen, wird uns nicht wirklich schützen. Vor allem, da komme ich wieder zu den wissenschaftlichen Daten zurück. Die sind nicht unbedingt fundiert und valide. Das heißt, es gibt beispielsweise sehr viele Infektionen im familiären Bereich. Das heißt, jemand, der sich in der Familie infiziert, steckt dann mit höchster Wahrscheinlichkeit auch alle anderen an. Und das letztendlich wird auch nicht berücksichtigt. Oder eben Cluster, wie in den Schlachthöfen. Früher hat es natürlich diese Cluster in den Altersheimen und Spitälern gegeben. Die gibt es momentan Gott sei Dank nicht mehr. Hat aber nichts mit der Maskenpflicht im Supermarkt zu tun. Ich denke, dass der medizinische Bereich mittlerweile deutlicher auf der Hut ist und besser geschützt wie früher.